Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearchTV. In diesem Video geht es um eine spannende Aktie, die meiner Meinung nach wirklich ein Problem löst, was vielleicht der ein oder andere kennt, ist zwar nur in den USA tätig, könnte aber irgendwann auch mal nach Deutschland kommen. Es ist selten, dass ich mir eine Firma anschaue und denke, das ist wirklich smart gedacht. Das ist aber genau der Fall bei Porch Inc. Das sind nämlich eigentlich zwei Firmen und zwei Geschäftsmodelle, die sich aber idealerweise ergänzen. Was ist das Erste? Da haben sie eigentlich eine Cloud-Software für Home-Inspection-Anbieter. Was ist das? Das ist in den USA, das ist jemand, der vor dem Hauskauf in das Haus kommt und es bewertet oder irgendwelche Schäden feststellt. Das ist so ein Standard-Vorgehen in den USA. Das kostet auch nicht die Welt. Das sind doch sehr kleine Ein-Mann-Buden. Und die bauen natürlich auch ein bisschen Software, um die Sachen zu erfassen, zu bewerten, Fotos zu machen. Und diese Software bieten sie an. Und das Lustige ist, entweder kostet diese Software so im Schnitt so 4-5 Dollar pro Inspektion oder diese Software ist umsonst, aber dafür geben sie die Daten raus. Denkt mal, dass der Käufer da zustimmen muss, weil ganz so locker ist natürlich das Datenschutzthema in den USA auch nicht mehr. Wäre sicherlich in Deutschland auch noch mehr ein Thema. Aber diese Daten gehen dann an Porch, an das Hauptbusiness, was wir hier sehen, und können dann weiterverkauft werden. Beziehungsweise man bekommt das Angebot, einen TV-Vertrag zu wechseln. Strom, Gas, Internet, Umzugsfirma. Und das halt, sag ich mal, bevor man aktiv danach sucht. Und das spielt natürlich auch rein in die menschliche Natur. Es gibt wahrscheinlich auch viele Services, wo man das dann findet, wenn man aktiv danach sucht. Aber wenn ihr zum Beispiel überlegt, ein Haus zu verkaufen, dann oft habt ihr schon Neues gekauft oder zu bewerten. Und diese ganzen Umzugssachen habt ihr vielleicht noch nicht vorbereitet. Wenn dann schon einer auf euch zukommt und macht euch ein gutes Angebot, dass auch über eine Vergleichsplattform funktionieren, ist das natürlich ein Vorteil. Und das sind ungefähr zwei Drittel der Umsätze und ein Viertel ist dieses B2B-Cloud-Geschäft, was wir davor angesprochen haben, wo halt viele auch zahlen und es nicht weiterverkaufen. Und danach gibt es noch ein paar Umsätze nach dem Umziehen, wenn ich vielleicht irgendwie einen Gärtner brauche oder Handwerker etc. Also das ganze Thema Haus ist ja meiner Meinung nach nicht perfekt gelöst. Sowohl nicht der Hauskauf online, das ist ja eigentlich oft auch nur, sag ich mal, das Print-Geschäft online gebracht, sondern aber halt auch diese ganzen Services, die da dazu passen. Und das ist natürlich A, ein Riesenmarkt, aber auch B, haben wir natürlich eine hohe Wechselbereitschaft, wenn ich meine Wohnung wechsle. Dann denke ich auch darauf drüber nach, Internetvertrag zu wechseln, obwohl ich das oft mitnehmen kann, aber oft habe ich dann Sonderkündigungsrecht etc. Also das ist wirklich ganz smart und sind natürlich auch zwei schöne Themen, Cloud-Software plus Immobilien online. Das sind einfach große und attraktive Märkte. Das sehen wir auch hier. Also aktuell sind sie vor allem halt noch in diesen Moving Services, werden aber auch noch in Versicherungen gehen. Das ist natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwie eine Hausratsversicherung brauche oder eine Hausbesitzerversicherung. Das kann ich auch alles vermitteln. Und das ist alles auch noch eine Branche, die sehr offline unterwegs sind und es vergrößert den Markt halt weiterhin. Sicherlich sind einerseits, sag ich mal, so die traditionellen Versicherungsvermittler und einfach ein Mann für immer um die Ecke Konkurrenz, aber auch die großen Immobilienportale sind da schon rein, können natürlich noch mehr reingehen wie ein Silo. Aber für die ist es halt trotzdem im Verhältnis zu Immobilientransaktionen nur ein Nebengeschäft, was sie halt so dazu machen. Die konzentrieren sich vielleicht dann eher noch mehr auf Baufinanzierungen etc. Also insgesamt ist der Markt groß, wird weiter digitalisieren und kriegt natürlich nochmal einen Sonderschub in 2021, weil viele Leute, nicht nur in den USA, wollen jetzt umziehen. Umziehen, entweder weil sie vielleicht sich beruflich verändern, weil sie gemerkt haben, ich will irgendwie raus aus der Stadt und eher vielleicht günstiger aus Land mit mehr Platz. Oder es gibt einfach viele Gründe, Zinsen sind ja immer noch relativ günstig und es boomt ja alles aktuell noch und davon profitieren sie halt auch. Das könnte natürlich mal ein bisschen ruhiger werden, aber man kann mit dem Service halt auch Geld sparen, was dann auch, denke ich, in der Krise helfen würde. Also im Markt finde ich auch spannend. Produkt, wie gesagt, löst ein Problem auf beiden Seiten, denn jeder kennt das Umzug. Es macht wirklich keinen Spaß, diese ganzen Vorbereitungen. Also wir sind in unserer alten Wohnung auch deswegen, glaube ich, lange geblieben. Einerseits war er relativ günstig, aber auch um diesen ganzen Hazzle zu vermeiden. Was ich aber auch sehr gut finde, ist das Team. Der Ciumat Ehrlichman, der hat schon davor erfolgreich gegründet und er hat gesagt wirklich, das ist jetzt die letzte Firma, die er aufbauen will. Und bevor er irgendein Tech-Gadget macht, möchte er wirklich eine Firma gründen, die ein echtes Problem löst, ein Haushalt nehmen werden kann. Und er legt auch sehr viel Wert auf die Kultur, was ja typisch auch Silicon Valley ist. Er sagt genau Jerks, also keine Arschlöcher. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Viele Firmen machen, glaube ich, auch den Fehler, dass sie, das heißt so dieses Tolerate Assholes, wenn sie gut sind, das sollte man nicht machen, weil sie die gesamte Kultur auch kaputt machen können. Und die Vision ist halt so ein Amazon für Homeservices aufzubauen. Also das alles, was rund ums Haus ist, vielleicht nicht die Immobilientransaktionen selber, da sind natürlich große noch dabei, da könnte man irgendwann auch nochmal hingehen. Aber vor allem diese, alles, was sich irgendwie Ausgaben mit dem Haus zu tun haben, dass ich das alles dort finde. Und da habe ich natürlich dann tolle Wachstumsquellen. Einerseits mein bestehendes Business wächst über zusätzliche Kunden. Dann habe ich neue Produkte, die ich denen auch zusätzlich verkaufen kann. Und die Größe, ich werde, desto höher kann ich halt auch meine Take Rate, also der Anteil, den ich an Vermittlungen da bekomme, erhöhen. Also da haben sie hier diesen Weg zu anderthalb Milliarden Umsatz. Ist natürlich ohne Jahr so ein bisschen eine Nummer ins Blaue hinaus. Aber wir haben gesehen, der Markt ist sehr, sehr groß und sicherlich auf einige Jahre machbar. Vor allem 2021 soll die Firma extrem stark wachsen. Wir sehen hier ein Wachstum, was sich nochmal beschleunigt. Mit dreistellig auch zwischen 100, 140 Prozent, je nachdem, ob man diese Zukunft da dazu zählt. Aber man hat auch sehr, sehr organisches Wachstum. Langfristig will man eine EBITDA-Marge von 25 Prozent erzielen. Ich glaube, da geht auch noch ein bisschen mehr, wenn die Firma mal nicht wachsen würde. Da, sag ich mal, diese Vermittlungen. Klar, man hat da ein paar Mitarbeiter. Aber wenn das mal alles automatisch läuft, ja, diese ganzen Home-Inspection zum Beispiel, die bringen ja dann eigentlich umsonst Kunden. Das ist natürlich schon spannend. Und sie haben jetzt auch durch den Börsengang, haben sie das Cash, um auch weitere Zukäufe zu tätigen, um dieses besondere Ökosystem zu fördern, dass man kleine Softwarefirmen kauft, dann die Software extrem günstig umsonst anbietet und aber halt einfach dann die Kundenleads da holt. Das ist eine kleine Nische, aber finde ich schön, wie so zwei interessante Sachen zusammenpassen. Da muss man erstmal drauf kommen. Vom Chart, die Firma ist als SPAC an die Börse gekommen, hat sich lange nichts getan. Dann ist sie gestiegen, jetzt ist auch nicht explodiert wie andere. Seitdem ist sie ein bisschen runtergekommen. Ich würde trotzdem sagen, die Firma, wir haben gesehen, über 100 Prozent Wachstum dieses Jahr, steht deutlich besser da als vor einem Jahr oder einem halben Jahr, ist aber nicht viel teurer. Es gab auch mal einen kleinen Short-Report, der aber wirklich sehr schlecht war von einem Short-Seller, der irgendwie minus 20 Prozent jährliche Performance hat. Das muss man nicht so ernst nehmen, das hat auch wenig Substanz gehabt. Also die Firma erscheint nicht überhitzt. Ist natürlich eine Wachstumsaktie, die jetzt kein Schnäppchen ist, gerade von den reinen Finanzzahlen. Aber wenn wir sehen, wir haben hier 175 Millionen Dollar Umsatz, vielleicht gibt es noch eine weitere Übernahme oder sie schaffen noch ein bisschen mehr, wenn wir bei 200 Millionen Dollar Umsatz sind. Aktuell sind sie so bei einer Milliarde. Das heißt, da gibt es schon noch ein bisschen Upside-Potenzial. Ich finde es eine gut gefirmte Firma mit einem Markt, den ich interessant finde. Ein Produkt, das ich glaube ich selber nutzen würde, was für alle Seiten Sinn macht. Und es ist fast eine Weltklasse-Firma, es fehlt noch so ein bisschen die Profitabilität. Aber dann könnte es wirklich zu so einer Top-Firma werden. Bewertung ist, denke ich, auch noch vertretbar. Ich bin jetzt ein bisschen optimistisch und nehme 25 Prozent Nettomarge an, also nicht EBITDA. Ja, das glaube ich wäre aber möglich. Und dann kann man so zum fairen KGV von 7,2. Wenn wir jetzt die Zahlen von 21 nehmen, gibt es da sogar noch ein bisschen Upside-Potenzial. Also die Bewertung ist jetzt was, ist nicht günstig, aber es ist jetzt auch nicht was, wie bei so anderen Softwarefirmen mit KUV 50, wo man Angst haben muss, dass das irgendwann zusammenkracht. Wenn es, glaube ich, hier dann nochmal ein bisschen runtergehen würde, 10, 20 Prozent, also zu diesem SPEC-Emittenten-Kurs, dann wäre das für mich schon auch aus fundamentaler Sicht dann ein klarer Kauf. Aktuell bin ich schon dabei, auch klar der Hinweis wegen möglichen Interessenkonflikten. Ich habe Porsche gekauft, weil ihr merkt schon, ich finde es interessant. Es hat eine gute Note bekommen, finde ich eine interessante Idee. Deswegen auch danke, es war eine Idee aus der Community von Markus. Und wenn ihr gute Ideen habt, deswegen gerne in der Facebook-Gruppe kommentieren oder mir eine E-Mail schicken. Und freue ich mich natürlich auch, und das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Kanal habe, damit ich Feedback bekomme zu meinen Ideen, aber vielleicht auch ein paar neue Ideen generieren kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.